Der Penner ist weg. Nein, der steht ja bitte. Das ist ja scheiße. Na super. Warte, ich kann hier auch rein. Das war auf jeden Fall ne Descobt. Ich will das Zeug aber auch haben. Oh scheiße, bist du für einer? Boah. Ey, da hinten ist ne Buddha-Statu. Okay, wie ist die Schnelle, die kommen? Oh. Hä, wie kommst du denn jetzt das Duschen wieder dahin? Seid ihr das, Shinobi? Jetzt hör ich's auch. Jetzt hör ich's auch. Ich bin über auf mich gewartet. Okay, wir werden jetzt gleich wahrscheinlich von der Samy Shenz-Spielerin verdroschen. Und warum fällst du rum? Warum weint ihr? Weil ich traurig bin. Wieso seid ihr traurig? Ich weiß nicht, wo Saku Sosama ist. Oder was er macht. Das bricht mir das Herz. Wenn ich ihn nicht sehen kann, will ich das zumindest wissen. Aber egal wie viele Briefe ich ihm schreibe, er schreibt nie zurück. Und niemand will mir sagen, wo er ist. Aber vielleicht könnt ihr mir sagen, wo Saku Sosama ist. Ich weiß es nicht. Also seid auch ihr ein Lügner. Warum will mir niemand die Wahrheit sagen? Oh oh. Oh oh. Wo drin ist Wasser? Nein! Boah. Okay. Böse. Die Alte ist böse. Sie ist ein Geist? Kann das sein? Sie wirkt jedenfalls so. Mutter hat einfach nur Dachschaden. Mann mit Angst und Durst. Oh. Betrunkener Verwalter. Wer zur Hölle ist der betrunkener Verwalter? Warum weint ihm? Wieso? Ich das. Wenn ich ihm aber egal und aber kann. Hm. Ah. Wah. Wir holen. Frauft. Das war's für heute. Ich glaube, die Alte lassen wir erstmal stehen. Fuck. Aber einerseits, ich glaube, wir müssen die töten, weil sonst geht der andere drauf, der wohl hier den ganzen Tag zuhört. Ich bin so ein bedeppeter Vollidiot. Wir wissen, was in dem Haus ist. Oh. 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 Shinazaki Der Rest interessiert mich hier gar nicht Adam Antikschrott Ok, so komme ich da nicht hoch Uh, da ist der Sakemann Ne, das ist ne Glocke Dafür scheiße du machst du so eine riesige Glocke dabei Krass Ah, dahinten gibt es auch was schönes Oh 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 Ich kann ruhig ein bisschen weiter spielen Wobei mal Fettwachs klumpen Das war doch für irgendwas brauchte ich das um das Wahrscheinlich habe ich schon längst aber Oh Ja Ja Oh Ähm Oh scheiße, wozu mehr denn hier Oh 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 Kann ich das aufmachen? Ne, ich kann das lauschen, schade Aber Aber Okay, doch ne Oh doch Hier Wir müssen auf jeden Fall den Pinkster platt machen, weil Okay Okay Ist das der Priester? Ich grüße euch Sagt Was tut ihr da? Es füllt sich an Oh Das ist gut Innen schmilzt es Aber es ist nicht genug Weiter ein Kommt zu mir, liebe Leute Kommt zu mir Und tränkt Tränkt Labt euch an diesem süßen Nektar Kommt zu mir Als Bürger des Palasts Wir alle Hahahaha Bitte akzeptiert Uns Als eure demütigen Diener Göttliches Konfetti Alles klar Ich frag mich jetzt mal nicht, was hier abgeht Aber okay Ruter Kluppen Ist hier noch irgendwas besonders? Das war es hier glaube ich auch schon Ja, weil man Scheinbar ist auch der Priester Befallen Ah, warte Hä? Gibt mir jetzt Perle Und ein Haufen Schickies Und ein Haufen Schickies Oder so Ah Ah Ah, dann mal ein T-Shot Ich glaube ich muss irgendwann mal wieder Geld fahren gehen Warte mal Warte mal, kann ich nicht vor hier aufmachen? Nee Warte mal, kann ich nicht vor hier aufmachen? Ja Ja, dann gehen wir mal zu dem einen Tempel Dreh Tür Oder was das da hinten sein soll Weil das schaut interessant auf jeden Fall aus Verdorbene Nonne Oh oh Ist ne Erscheinung, ne? Fuck Göttliches Konfetti Äh Boah Die ist ne Nummer zu groß für uns Ich weiß nicht mehr, ob ich jetzt das eigentlich gebraucht hätte mit dem Ding Puh Aber jetzt wird es eh langsam spät Ich glaube es ist trotzdem noch einmal zu hier Gebt ihr vor Mich nicht zu sehen? Oh oh Wir auch Wie könnt ihr es wagen Sakuza-sama von mir zu verstecken? Die Alte hat nen Dachschaden, aber gewaltig Vorher Woaa Oh, ich konnte die Warte mal, die hat auch nur eine Form Das heißt, wir brauchen göttliches Konfetti, weil sonst haben wir Boah Warum, er ist nicht gesprungen, ich konnte nicht rennen, was soll denn die Scheiße Oh Gott Hä, ah fuck, das war ein Rundumschlag Oh ho ho Oh ho ho Scheiße Scheiße Das letzte Ausweichen war scheiße Wir können sie doch schaffen Wir können sie schaffen Ah Irgendwie Aber ich glaube nicht, dass wir die Auskontern können Also Schon auskontern, aber halt Ja, das könnte schwer werden Könnte bei der vielleicht Feuer wirken Gebt ihr vor Mich nicht zu sehen Halt die Schnauze, verpiss Was für eine scheiß Schlampe Eh, warum Okay, es sind nur jetzt solche Sachen gern. Ja, sie ist nicht ruhig. Wir müssten vielleicht doch bei ihr dranbleiben. Nicht ausweichen, wegrennen oder sonst irgendwas, sondern auf sie drauf und versuchen ihre Sachen zu kontern. Vielleicht müssten wir es wirklich wie bei der anderen machen. Na Bitch, ich seh dich nicht. Gebt ihr vor, mich nicht zu sehen? Ihr auch. Wie könnt ihr es wagen, Saku? Ich habe keinen Plan, wir schafft noch mal Sankuser Summer ist. Dämlich, das müsste schlücken. Ah, der letzte. Naja, das kann doch nicht sein. Sag mal, das ist doch, dass das Spiel ist teilweise echt ein Witz, alter. Ich verstehe, dass es schwer ist, ich verstehe, dass es einen fordern soll und bis an seine Grenzen treiben soll. Aber dann bitte macht auch die Hitboxen richtig. Ich meine, die hat ein Viertel, mindestens ungefähr einen halben Meter neben mich geschlagen. Und naja, man trifft halt trotzdem. Ist halt einfach so. Ist das ein Boss? Das musst du akzeptieren. Wir wollen dich ficken. Ja, genau. Gebt ihr vor, mich nicht zu sehen? Ja, wir probieren es trotzdem bloß nur einmal und dann. Wir auch. Wie könnt ihr es wagen, Sakusazama? Sakusazama kann mich am Arsch lecken, alter. Wenn ich ihn sehen, mache ich ihn dann zu meiner Bitch. Und dann zeige ich es dir. Warum geht es beim letzten? Ups. Mh, klein, da lüfte ich mich auch gerne mal, meine ich. Ups. Was ist das für eine Lone und wie groß ist sie? Was ist das für eine Lone und wie groß ist sie? Und warum hat er das jetzt nicht geblockt? Biss dich, Bitch. Biss dich, Bitch. Ich verstehe halt auch nicht, warum die mittendrin meine anderen mich komplett ignorieren. Nein, nein, ich muss jetzt einfach einen Cut machen. Ich bedanke mich jetzt bei euch fürs Zuschauen, weil sonst höre ich damit noch nicht auf, bis ich 50 Mal ausgeflippingen und die endlich geschafft habe. Oder 100 Mal ausgeflippingen und sie nicht geschafft habe. Also, ich bedanke mich jetzt bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Sekiro. Shadows Die Twice. Oder Shadows Die 5 Millionen Mal. Den Witz habe ich schon mal gebracht, ne? Scheiße. Macht's gut und Servus.